Moin, hier ist Lars. Ich bin einer der beiden Parteivorsitzenden der SPD. Was sind da so Ihre Ausgaben? Die Partei führen, Entscheidungen treffen, kommunizieren und ganz viel im Kontakt sein auch mit den Landesverbänden und Bezirken. Okay, wenn Sie sich für eine Mitgliedschaft entscheiden müssten, FC Bayern oder SPD? Ich fühle mich bei den Roten sehr wohl. Was muss die SPD anders machen, um bei kommenden Landtagswahlen besser abzuschneiden als zuletzt? Ich glaube, wir müssen auf die Bundestagswahl zurückgucken, was wir da gut gemacht haben. Da haben wir klar und einfach kommuniziert, da hatten wir klare Themen, 12 Euro Mindestlohn, 400.000 Wohnungen. Und wir haben uns um die sozialen Themen gekümmert. Soziale Politik für dich, das war unser Spruch und darum muss es jetzt gehen. Und jeder muss fühlen, dass die SPD sich darum kümmert.